Hallo Leute, herzlich willkommen zu dieser neuen Aufnahme mit mir, dem Illumicrafter.de Und heute spielen wir mal ein bisschen Among Us Und ja, heute kommt auch ausnahmsweise mal wieder, ähm, ja, ein bisschen, ähm, uncut Denn ich hab wieder mal ein Thema und ich hab ein perfektes Spiel gefunden, und zwar Among Us Und ja, ich werde auch in dieser Aufnahme Euch, ähm, mal erklären, wieso dieser Monat eigentlich der beste Monat des Jahres ist Und ja, ich würd sagen, wir warten erstmal, bis die Runde beginnt Und dann kann ich's euch ja währenddessen erzählen Ich bin im Übrigen ein bisschen, äh, hab ein bisschen Allergie aktuell Was jetzt nicht so gut ist, ähm, aber Ist bei mir jedes Jahr so, deswegen muss ich da einmal im Jahr durch und dann passt das Auf jeden Fall, ähm, ja, fang ich einfach mal direkt mit dem Thema an, ohne lange drüber rumsehen Denn dieses, äh, diesen Monat passiert sehr viel Und wo ich sagen muss, dass es eigentlich eine gute Sache Die erste Sache ist, weil, ähm, ja, der liebe Fisch ist Tisch Hat diese, diesen Monat Geburtstag, das ist doch schon mal eine gute Sache Der wird dann auch endlich mal 15 Ähm Ja, soviel darf man ja wohl verraten Denk ich mal So, jetzt ist erstmal die Diskussionsrunde Das heißt, äh, ich rede dann gleich weiter ... ... ... ... ... Okay, ich habe das mal ganz kurz aufgelöst, weil beide haben rot gesasst, aber keine hat einen Beweis. Das heißt, ja, es wird entweder zum Unentschieden und ja, das ist ja dumm, dass der jetzt weggegangen ist. Ich suche so schnell wie möglich zu drücken. Drei, zwei, eins. So. 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 Also ganz ehrlich, wir können das die ganze Zeit machen, schätze ich mal. Und ja, das ist auch allgemein richtig dumm eigentlich, das heißt ich muss jetzt, ja entweder, ich laufe jetzt einfach mal weg, laufe ganz ehrlich. So, die Sache ist, wir werden es sowieso nicht schaffen, wenn Rot nicht, ja den Emergence die Button drückt, dann haben wir eigentlich so gut wie verloren. Ähm ja, ich rede einfach mal weiter, ähm die zweite Sache, mein Meister? Ah, mein Meister. Ähm, genau denn, ähm, diesen Monat, das ist jetzt schon wieder vor euch zwei Tage her, und zwar hat vor zwei Tagen die neue Clash Royale Season begonnen. Und ich zocke momentan sehr gerne wieder Clash Royale. Und ähm ja, deswegen ist das eigentlich was besonderes. Also, ich bin nicht, dass du das Season angekommen hast, obwohl ich dies neu sein mag. Ähm ja, muss man auch nicht machen, meine Task. Sag, ähm, bitte mach deine Task. Ähm ja, dann hat die Fortnite Season gestern begonnen. Ähm, muss ich sagen, ich persönlich habe sie noch nicht angezeigt, weil ich nehme das jetzt heute direkt beim Update auf. Über jeden Fall längst bis morgen. Allerdings, ich bin jetzt noch niemals bei der Tay, weil ich jetzt nicht mehr so spürt. Ich bin jetzt voll. Oh, ich bin jetzt mal. erst mal dass sie ihren tats machen bringt halt wirklich nichts bringt halt wirklich nichts ist die dümmste runde die ich mir mitbekommen habe die neue fortbildlichen die lehnten nämlich gerade bei mir noch runter und ja ich muss sagen ich finde dieses neue system dass man die es geht sage ich mal mit jetzt mit so bettelstern freischalten kann finde ich sehr dumm gemacht um ehrlich zu sein weil ja dadurch kannst du dir halt direkt den rick und morty skin holen und das ist halt unnötig rot macht deine task los gogo ich glaube der weiß nicht wie das spiel funktioniert kann das sein ähm auf jeden fall ich gehe dafür noch weiter weil ich hoffe mir jetzt schon wieder geht äh auf jeden fall ähm kommt diesen monat und das soll jetzt überhaupt keine werbung sein aber diesen monat äh kommt äh noch die loki sehr sehr raus also ob es wird wie gesagt keine werbung sein aber ich bin sehr halb darauf reichen muss auch sagen ich bin auch von dc ein fern muss man sagen also auch die sie hat gute filme äh trotzdem warum stehen die ja bei admin alle sind bei admin macht er hier macht dein tag äh dein card dingens kirchens und das sind auch die gründe bisher wieso ähm und das sind auch die gründe bisher wieso ähm ja wieso wieso dieser monat ein guter monat ist und ich bin um ehrlich zu sein ich bin grad sehr schwer vom begriff also ich kann sehr schwer grad reden weil ich nicht fassen kann wie dämlich also man muss das sagen wie dämlich rot ist rot mach deine deine task junge die ich weiß nicht was die was die machen hier also die 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 sind Ich versteh grad grad wirklich nicht was gut macht. Ähm, der Grund warum dieser Montag auch noch. Äh, gut, das ist weil, äh, weil momentan sehr vieler, ähm... Okay, warte mal, warte ich... Going... Warte, ich bin ehrlich hier, zack. Warte, ich bin ehrlich hier, zack. Das regt mich gerade auf, weil der ist wirklich gerade nur Ja, mach das mit Absicht, wie es scheint Weißt du was, ich gehe jetzt einfach bei den anderen mit Ah, ne, der ist wieder gut Ja, mach deine Task, Bro Mach deine Task, bitte Rot Das ist die krasseste Wendung, die ich je mitbekommen habe Hä, das Rot-Imposter, das hätte ich nicht gedacht Aber hä, dann lebt ja noch ein Imposter Theoretisch Weil Sache ist, ähm, ne, hä Hä, warte mal, es waren zwei Hä, es waren doch zwei Imposter Eingestellt oder hab ich auf die falsche Runde geklickt Ähm Okay Okay, da muss ich schreiben Gut, wir sind jetzt schon wieder über 10 Minuten Ich würde an der Stelle sagen, das wäre es wieder für die heutige Uncap-Folge Es tut mir by the way leid, dass Gesundheit an mich selber, danke Ähm Ne, auf jeden Fall wollte ich sagen, das war die chaotischste Runde, die ich je miterleben durfte Ähm, ja Krass wie sie es am Ende nochmal rausgebracht habe, wie gesagt, es tut mir leid, dass ich heute nicht so viel reden konnte, aber Erstens Allergie, zweitens Rot hat mich komplett aufgeregt Ich frag mich, wieso Ich frag mich wirklich, wieso Ja, wieso die anderen dann ihre Tasten nicht gemacht haben Ich mein, Rot hat, war, ich dachte wirklich durchgeht Rot, weil Ich hab, wie es scheint Weil wenn man hier online mal guckt Man sieht hier, wie viele Imposter eingestellt sind Und ich hab hier auf eine Runde geklickt, wo zwei Imposter waren Und hab wahrscheinlich aus Versehen auf ein Also hab hier wahrscheinlich geklickt Und bin dann aus Versehen auf eine eine Runde geklickt Naja, auf jeden Fall will ich sagen Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst gerne ein Abo da Aktiviert die Klocke, wenn ihr wisst wie es geht Checkt meine Social Media ab Und an der Stelle will ich sagen Ähm, ja Gehen wir den nächsten Uncut, dann wieder Among Us Beim nächsten Mal, äh, nicht so lost Und dann will ich sagen Geht mal nicht beim nächsten Mal Und dann will ich sagen Ciao Leute Ciao